21 Millionärsregeln, die du brauchst, um reich zu werden. Die heutige Regel ist einfach, vermeide unnötiges Risiko. So viele Menschen gehen Risiken ein. Und ja, als Unternehmer, als Mensch, der erfolgreich sein will, musst du Risiken eingehen. Risiken sind eine ganz, 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 ganz wichtige Geschichte. Es ist ganz, ganz wichtig, Risiken einzugehen. Aber gehe keine unnötigen Risiken ein. Viele Menschen riskieren unnötig für zu wenig Gewinn, für minimale Erfolgschancen. Riskieren sie alles. Und das ist ein Riesenproblem. Warum sollst du, wenn es nichts zu gewinnen gibt, riskiere nichts. Gehe schlaue Risiken ein, aber nie zu viel. Und schau dir die anderen Millionärsregeln hier auf dem Kanal an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei. Wenn dir die Videos gefallen haben, dann lass einen Daumen hoch, abonniere unseren Kanal, teile das Video mit deinen Freunden, pass es auf Facebook. Du findest viel mehr Informationen noch auf meiner Webseite www.gunarkessler.com oder auf unserer Webseite www.wasreiche-ihren-kindern-beibringen.de Link hier unter dem Video. Nun, abonniere den Kanal, lass einen Daumen hoch da, wenn es dir gefallen hat. Teil das Video mit deinen Freunden und schau dir die weiteren Videos auf unserem Kanal noch an. Ich wünsche dir viel Spaß dabei.